In einer bekannten Gaststätte im Bazar. Man muss hier drängen, um überhaupt einen Platz zu bekommen. Aber man lasse sich trotzdem nicht unterkriegen, jedenfalls nicht beim Essen. Händler haben sich hingegen radikal umgestellt. Nicht mehr teure Importe, sondern Produkte aus heimischer Erzeugung werden zunehmend angeboten. Nicht die allerbeste Qualität, aber gekauft wird einfach alles. Gelegenheitsverkäufer bevölkern nun den Bazar mehr denn je. Und überall werden Schmuggelwaren angeboten. Wie früher, als Iran schon jahrzehntelang unter amerikanischen Sanktionen stand. Die vielen Facetten von Überleben im Iran, weil der amerikanische Präsident Donald Trump es so will. Die 30-jährige Unidozentin, Machtja, nimmt mich mit zum Einkaufen. Diese Facht überlegt sie sich jedes Mal zweimal. Denn das heißt, mit Realitäten konfrontiert zu werden, an denen nicht nur die Sanktionen schuld sind. In der Notlage wird von Beamten und Zwischenhändlern noch mehr mitgeschnitten als früher. Mangel an Lebensmittel gibt es derzeit hier aber nicht. Der Iran ist bei der Grundversorgung beinahe autonom. Die Suche nach den größten Opfern der Sanktionen führt uns ins ärmliche Südteiran. Wo die Regierung bisher mit Zuwendungen großzügig umging, wird heute der Gürtel laut einer islamischen NGO enger geschnallt. Hier werden vor allem Waisenkinder tagtäglich versorgt. Natürlich haben wir nun auch mehr Arme, die zu uns kommen, meint der Verantwortliche. Und wir merken die Probleme, die es gibt, sehr, sehr deutlich. Nebenwirkung der Sanktionen. Arme Familien jeder Art sind nun mehr denn je von Helfern und ihren Vorschriften abhängig. Mädchen kommen daher streng verhüllt zum Gratis-Mittagessen. In dieser Industriezone wären westliche Geschäftsleute zwar willkommen, aber aus Angst, die Amerikaner zu vergrämen, bleiben auch die Europäer weg. Laut des Managers werden keine militärischen, sondern zivile Ersatzteile für Bohrmaschinen hierher gestellt. Er sagt uns aber, dieser Betrieb sei einer der wenigen, der in der Zone überhaupt noch offen sei. Armes Isfahan, wo westliche Touristen genauso wie Geschäftsleute vorsichtshalber wegbleiben. 30 Prozent weniger Besucher sind es heute als noch 2018. Die Iraner sind dabei alles andere als fremdenfeindlich. Die meisten Iraner fühlen sich schuldlos einem Konflikt ausgeliefert, für den sie eigentlich nichts können. Auf der einen Seite das Regime, das bei vielen Iranern unpopulär ist. Und auf der anderen Seite Donald Trump, der amerikanische Präsident. Auch er hat im Iran nicht sehr viele Freunde. Die Iranerinnen und Iraner hoffen zumindest, dass die eine oder die andere Seite irgendwann einmal nachgeben wird. Die iranische Bevölkerung lebt heute zwischen Angst und Hoffnung. Angst vor einer weiteren Zuspitzung der Lage und Hoffnung, dass der Schatten der Sanktionen vielleicht wieder verschwinden wird.